Hast du gewusst, dass die Kameras angeblich Geister filmen können, während wir sie nicht sehen? Nein, vielleicht wegen dich. Ja, aber jetzt ist etwas. Ja, eben. Ja, man sieht doch eh nichts auf dem Handy. Ich weiß nicht. Ja, ich weiss, man sieht eh nichts, aber... Gehen wir weiter? Ja, ja. Aber fang mein Auge drehen. Was ist das Auge an? Mein Auge drehen. Die Pfanne ist eine Sperre. Aber die Pfanne hat das Licht. Alter, das geht nicht raus. Einfach Schimmel hier am Boden. Oh, ja, ich weiss. Also, das geht nicht los. Alles überframmt vor uns. Alles überframmt. Oh shit. Ach... Oh, das geht nicht vor, ja. Du kannst es mal ein und dann in den Rand ne? ja aber was ja oh mein gott was auch? oh du hast den Rost an Wasser, jo 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 jo, schau mal, den Rost sieht man ja richtig gut schau mal da, den Rost oh ja, was soll gehen wir oh shit, ey du kannst schütteln, dass ich kein Licht haben, bro ja, nein, kannst du kurz du, 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 du nach vorne leuchten so, dass ich auch Licht habe und dann kann ich da, aber nicht in meine Fresse leuchten dann kann ich da am Rand wirklich langsam mal laufen alter hey, hallo jetzt einfach nicht mehr also, nichts anderes machen, also einfach auf dir licht mal zu dir ja kann ich da jetzt führen alter, das ist ja pappig gib mal mir kannst du mir mal die Taschenlampe geben tu nach unten leuchten leuchtet mir gerade voll auf die Fresse die geht mir jetzt einfach nicht da sind ja wirklich kein Geist da ja aber das alter wie das die verrostet ist. So, jetzt leuchten wir bitte nicht in die Fresse. Was meinst du, dass der Papa schon so angehen ist? Ich sage auch, weiss, nein. So, hier kommen wir jetzt wieder. Oh, warte, darf ich mal die Tasche lampen? Darf ich mal die Tasche lampen? Kann ich schnell die Tasche lampen? Mach mal auf in die Luft, da hängt etwas oben aus. Das ist von der Eisenbahn. Vielleicht richtig fett für... Ja, eigentlich ist es schön. Vorher ist es so. Ey, das ist doch scheiße. Ey, da können wir führen. Läuft nicht, oder sie wird auch noch auf. Ja, schlicht läuft einmal. Hält das. Oh, shit. Ey, aber läuft noch, weil ich... Oh, shit, alter. Ja, was, dann nachher, nachher, vielleicht noch ein bisschen nachher. Ja, blöd, ich muss knappe in die Luft machen. Was, dann aber wir dürfen nicht beide aufs... Bleib da stehen, bleib da stehen und... Hält dich gut. Weißt du, wir dürfen nicht beide aufs Brett, das Brenchen vielleicht nicht so gut. Wärtsch, hm? Ich bekomms... Ey, wir bekommen... Wir bekommen nasse Füsse. Aber... Ist es für dich okay, wenn wir ein bisschen nasse Füsse bekommen? Ja. Wege dem Grund. Wege dem Grund, wege dem Grund da. Oh, scheiße, Alter. Ich möchte eigentlich ungernasse Füsse bekommen. Der Gott ist glücklich mit der anderen Stelle. Äh, das sieht mir auch aus aus. Ich weiß, laufst du jetzt einfach. Wie ist das noch, wie du hier drauf? ja bis da was ich doch mit dem videos da darfst du nur auf da ab da was nass ist sollte studien ein fuß immer so ja es geht nicht anders ohne also ist es gleich wenn ich das film jetzt jetzt tritt mit dem den fuß wird ja das passiert die fuß wird nass ja in mein fuß ist auch nass lauf einfach das ist kein schwein jetzt versuch soweit für jetzt go wie es geht und dann kannst du mit dem einten fuß da drauf und dann das bricht mit dem einten fuß da jetzt ja das hebt sich an zeit jetzt trittst du bist da wo es dünner wird bis da was dünner wird jetzt kann ich noch nicht an der fuß oder du den anderen fuß jetzt darauf und jetzt kommt also nein jetzt du einfach da versuche nach vorne zu laufen und dann kommt einfach versuche einfach darauf zu kommen jetzt kannst du einfach da sie ist doch immer nach hause aber ja leider gotts klappt es nicht um er aber mir kennt ja da ist wasser so einfach ich würde sagen ich würde sagen da haben wir keine chance zum durchgehen das war jetzt kann ich sie ja scheiße das war jetzt das war jetzt kann ich sie das ist weniger eckig als der tankstelle aber dann werden dann werden sie garantiert Ja, wenn du so lange schriegst du in deinem Knochen. Ja. Du bist jetzt, ich habe keinen Plan. Nein, dein Plan ist scheisse. Obwohl ich ihn nicht weiss. Was? Einfach da schlafen. Was jetzt wirst du? Da überlegst du. Mach mal ein Video aus. Wieso? Du musst doch pissen. Ja, ich pisse doch einfach. Ja, aber mach das richtig aus. So, wir müssen hier wieder zurückkommen. Also stelle ich mal im Dunkeln. Warte, ich glaube das ist scheisse was du da gerade machst. Du? Was machst du da gerade? Was machst du da gerade? Wo denn? Dort müssen wir zurück. Ist es gut, wenn ich zuerst gehe? Nein, 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 nein. Ich habe ein Handy. Was ist das Rote da? What the fuck, Alter. Ah, das ist... Hä? Jetzt müssen wir da irgendwie schaffen. Dependent. Ah, shit, Alter. Ich habe ein Handy in der Hand. Ah, shit, das ist alles. Nein, ich gehe mal den anderen Weg. Nein, ich gehe zuerst. Oh, ich gehe mal den Griff. Aber ich mache mal den Griff. Ich schaufe hier mit dem Griff.